hey und da bin ich wieder und es geht weiter ja nicht allein okay wenn wir nur fertig will uns begleiten okay was mal thema jetzt ein bisschen leichter anzufahren dann fahren wir jetzt keine lobe zu laufen muss er gleich schnell laufen aber heute geht es ja langsam wenn wir keine beschleunungsschiene haben war das noch angenehm aber jetzt geht es nicht schnell das ist auch nicht gleich ein Wege ja gut na wie das da muss er die Schiene machen das ist auch nicht genau ja 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 da haben wir gleich warten so ist es da Ach, mein Kompass habe ich jetzt immer noch nicht geholt. Ich Idiot. Verdammt, der Mist. Nee, dann muss ich das mal finden. So, alles klar. Zack, aufsteigen. Zack. Hopp, so. In my F3 machen wir mal Screenshot. Hm, 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 hm. Was war das dann? So, damit ich die Position habe. Ich weiß gar nicht, könnt ihr da eine persönliche Daten abgreifen von mir, abgesehen von meiner meine Grafikeinstellung. Sieht gut und so. Bach. Bachkern. Tut, tut, tut. Nö, da steht dadurch sonst nix drin. Hm, auf die fallen Blablabla. Jax. Okay, dann machen wir es wieder aus. So, wo bleibt denn der junge Mann? Schafft er es noch? Da ist er ja. Okay. So, jetzt müssen wir aber nochmal die Parade aufschreiben. Ich finde so Screenshot ein bisschen scheiße. Vor allem bis ich die wiedergefunden habe. Ich habe vergessen doch, dass ich ihn habe. Dann müssen wir hier wieder herfinden. Und wir gehen hier haben wir genau. X, Y, Z, X, Y, Z haben wir da. Dann haben wir 10, 82, 71, und minus 100. So. Alles klar. Dann pumpen wir es noch. So genau. So genau müssen wir es nicht haben. Alles klar. Da haben wir die Koordinaten. Aufgeschrieben. Jetzt geht es los. Alles klar. Auf geht's. Wir müssen jetzt, ich wollte jetzt mal einen Blick. Wo waren das jetzt? Komm. Hm. Was hat er? Wo ist er? Geht los. Ne. Dann bleibt er jetzt da stehen. Hallo. Achso. Was ich machen muss, ist noch die Lore hier lassen. Ich nehme mich mit. So. Achso. Du. Wo ist nicht weiter? Hallo. Höp. Höp. Ich muss mal gucken, was das Problem ist. Ich kann ihn nicht hören, was wir jetzt sehen, was du willst. So. Puh. So. So, da bin ich wieder. Mal gucken, wo wir lang gehen. Achso. Warte, der Baum ist auch kaputt. Warte, die machen wir weg. Das ist kaputt. Die machen wir weg. Aber wir haben jetzt ein Baumhaus. Ne, ne. Das ist ein Baumloch. Komisch gestalteter Baum, aber ein Baumloch. Hä? Ja. Wir können auch abbauen. Das ist auch kein Haus. Ich glaube, die sind alle so halbwegs abgefackelt gewesen. Oh, da ist ein Apfel drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Haben wir das Holz raus. Da ist noch ein Apfel am Start. Siehst du? So. Das können wir immer mitnehmen, ne? Ich glaube, ich sehe da immer noch Holz. Ne. Apfels sehe ich noch. Ja, die schmeißen aber viele Äpfel ab hier. So, dann pflanzen wir neu hin, wenn wir können. Zack. Meine Pflanzen. Äh egal. Ganz weg. Der muss ganz weg hier. 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 Der war ganz weg hier. Hm. Ich bin zu klein. Ich habe keine Erde zum hochklumpen, ne? Was ist das denn hier? Nehmen wir hier ein bisschen Erde ab hier. So. Ja, du zum hochklumpen. Hopp. Hopp. Oh ja, höher, 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 höher. So. Ist hier nichts weiter? So. Mehr Holz zahlen. Viel zu viele Blätter hier. Muss auch noch Holz versteckt sein hier. Da hab ich doch gewusst, dass da noch was isst. Da auch. Hopp. Wahrscheinlich gleich Pech haben, wenn wir unter den Füßen Blätter packen. Ja, das war's, ne? Da ist noch ein Stück Holz, siehst du? Ja, jetzt haben wir's. Da sollten wir aber schlafen gehen. Irgendwann geht's hoch. Irgendwann geht's hoch. Irgendwann geht's hoch. Irgendwann geht's hoch, verdoppt. Ja. Irgendwann geht's hoch. Genau. Irgendwann geht's hoch. Alles klar. Steine. Wer macht denn sowas? Steinspuffen. Ich hoffe, ich lasse. Okay. Hier geht's hoch. Ist es noch höher? Dann geht's noch höher, haupt. Wo muss der Holzbereich? Okay. Alles klar. Gute Nacht. Ich schlafe. Gute Nacht. 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 So, ich würde auch mal schlafen gehen. Geh mal schlafen. Schlafen. Ich habe bloß ja kein Bett mitgenommen. Hm, was macht der denn da? Oh, Mann. Ich muss da noch mal was kontrollieren gehen. Moment. 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 Da sind ja auch alle Betten abgefackelt hier. Okay, das ist hier kein Bett. Der hat kein Bett mitgenommen, der Idiot. Der hat kein Bett mitgenommen, das ist das Problem. Wir haben jetzt allerdings auch hier keine Wolle am Start. Startet sie im Markt, ist nix. Irgendwie noch ein Bett oder so, gar nix. Da muss ich jetzt eine Etage tiefer gehen. Das ist hier nochmal stehen. Welche Spawner, wenn ich sterben sollte? Das ist hier Wolle. Das reicht nicht aus. Wir brauchen mehr Spinnenweben, um ein Bett zu veröften. Da hier kein Wolle am Start. Das ist Quarzblöcke. Sonst ist hier Sand jede Menge und Schilder, aber keine Wolle. Wir brauchen mehr Wolle. Ich höre Spinnen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wir brauchen Spinnenjagd. Wo sind die Spinnen? Ich brauche Spinnen, brauche ich Spinnen. Dann gehen wir mal gucken, ob wir da eine Spinne kalt machen können. Ich brauche ein paar Stück. Spinnen, Spinnen. Da. Ich bin noch ein Spinnenweben. Na, da kann ich mit dem Bewerb abgeworfen und du, wo tutsch ich auch hier? Genau. Hm, da läuft es nicht viel rum? Was hat denn ein Problem? Wo war denn? Ich will die Gleiter nach oben. Oh, hier ist ein Zombie. Den haben wir auf der Klasse. Oh, ein Creeper. Hallo, Creeper. So. So. Soll ich unbedingt was essen? Sonder. Ach so wenig Licht. Auf jeden Fall. Hier machen wir mal Licht. Diese Region ist viel zu wenig Licht. Ja. und so viel hier an der stelle und man sieht ja noch schlechter was aber wir haben einfach keine wolle da brauchen wolle so so genug rausgeleuchtet das ist jetzt übersichtlich genug hier ist auch keine wollte dran nein ist keine wolle trennen und aus dem spiel wie ich habe gegen ein wollblock hin ein einziges reicht nicht aus mehr wolle ein schaf in der nähe das hat auf mir geklaut das hat auf mir geklaut das ist ein schönes aktor leichter leichter sagt das jetzt im himmel ist ja schön aber wenn wenn man hier die hexen kann ich kann ich benutzen wenn ich das schild habe die seite zwei hexen das ist das war kann ich schließen ich habe keine pfeile mit aha ich habe keine pfeile mehr ganz schlau ach shit dann kann ich das schild ja doch behalten dann hat er mit schild nichts zu tun gehabt sondern einfach der pfeile mangel dann ist ja ganz super df be you you Schöp, 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 schöp. Schöp, 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 schöp. So. Ja, bin ich gut verkichtet. Müssig. Okay, ich fahre ein bisschen. Lass mich nicht an, das ist gut. Kann das Wasser gehen. Ne, du hast doch ein Brot essen. Hä? Heilte nicht, warum heilt das nicht? Mich da lieber noch jemand vergiftet hat, mich da jetzt noch vergiftet. Hä? Ich kann noch nicht heilt, ich kann noch nicht kämpfen. Ich muss weg. Ja, verdammter Scheiße. Die Tür ist schon mal gut, ich fahre mal gut, gehe ich mal rein. So, wir gehen gut essen. Oh, hier unten vielleicht Wolle. Füllen übrigens, äh, ein Block. Was dran? Ich sehe, was die Decke hier zu niedrig. Wird das hier gebaut, das ist scheiße. Ich glaube, ich habe mich auch gesperrt, genau. Das muss, das wird noch, das wird nochmal übergemacht, das ist hier, kacke. Das ist auf jeden Fall scheiße gebaut. Das gefällt mir gar nicht. So. So. Habe ich ja erst mal mich heilen, dabei. So. Da sind die ganzen Zombies, die stehen im Wasser rum. Okay. So. Alles klar. Jetzt haben wir immer noch keine Wolle. Aber das können wir auch weiterreisen. Ich kann mal ein Bett mal abbauen. Das ist das Bett von mir. Da oben, ne? So, hier oben, wenn ich dann mal... Stein sieht scheiße aus. Mit Stein sieht echt scheiße aus, ja. So. So. Dann bauen wir es hier ab. Können wir nicht noch was essen? So. Alles klar, dann können wir weiter wandern. Achso, warten wir an. Williher liegt das weg. Das tun wir auch da rein. Kabelfleisch tun wir auch da rein. Die Bäume pflanzen wir an gleich. Das schmeißen wir hier rein. Bogenschädel sind überhandelt natürlich. So. Ersatzschwer, das ist klar. Wolle. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Wolle. So halten wir es auf. Da schlachten wir ein paar Spinnen ab. Wir werfen vielleicht jetzt ein paar Fieschen ab. Dann können wir... Oha. So. Wo sind unsere Reisen da hin? Was ist denn der hin? Ist noch da? Ist er da? Wo ist er denn hin? Ihn habe ich noch gesehen. Er hat sich irgendwie doch ziemlich feil in Sicherheit gebracht. Gucken. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da ist er. Ach, da können wir weiter reisen. Hä? Bereit? So, so. Weiter. So. Dann war es, ne? So. Achso, die Bäume pflanzen wir hier nochmal hin. Dann haben wir hier vielleicht das Müll. Achso, das Müll. Hopp, da werden wir an. Eben hier noch die Bäume pflanzen, dass sie weg sind. Ah. Ja, das ist eine gute Idee. So, wir müssen mal ein bisschen pflanzen hier. Dann pflanzen wir mal alles hier hin. Dann haben wir Erde. Sprüren wir hier auch hier mit Erde hier. Da war auch mal ein Prüber hochgegangen. Ist das doch von mir jetzt? Weiß ich nicht. So, alles klar. Mehr geht nicht. Muss so reichen. Ist das hier auch so ein angefangener Baum? Ne, der ist tatsächlich so niedrig. Okay. Dann lasst den wieder abgerissen. Sieht scheiße aus. Brauchen wir auch nicht, weil wir hier die Anwendung haben. Kann hier komplett zugemacht werden eigentlich. Und da ging es mal hoch. Wir haben gar nicht genug Leiter da, ne? Das ist ja zu machen, nein. Ähm, achso, ich bringe das hier nochmal rüber in die Kiste. Pack den hier das Giraffel nochmal in die Kiste. Okay, wir haben nur acht Bäume. Die pflanzen wir unterwegs ein. So, aber hier. Ich bringe das mal das Giraffel hier rein. So. Das kann man jetzt von dem Baum. So, okay. Ja, wir passen mal ein Baum hin. Mühlen, Loch 1 ein. Wunderbar. 13. 13. 13. 13. Oh, schön hier, wer das hier schön kommt. 13. Hier sind noch Holzreste. Das machen wir weg, natürlich. So, dann passen wir hier 19. So. Und hier 19. Dann haben wir es. Alles klar. Wo ist er hin? Der Bengel? Wo bist du denn? Sehe ich gar nicht. Hä? So. Äh, Kaffeein-Tabell habe ich noch, ja. Sehe ich nicht. Das ist Stück Holz. Holz nehme ich mir auf jeden Fall mit. Aber wo ist er? Hä? Weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal los und hoffe, dass er mich dann sieht und folgt. Dann gehen wir mal Richtung... Gut, wir wollen ja möglichst da nicht stören. Das ist irgendwie da nicht so. Wo ist er denn? Hm, weg ist er. Eber, wo ist er denn jetzt? Das ist alles zu anstrengend, hätte ich gesagt. Das ist alles zu anstrengend. Oh, Gott, so eine Scheiße. Was hat er denn? Na ja, auf jeden Fall hier, die Decke ist zu niedrig, das hast du ja, so, dann müssen wir hier weg. Das muss ganz neu definiert werden, hier die Decke. Das ist nicht mal mit Stufen gebaut worden, halt. Interessant. So. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich will mit mir reisen, jetzt ist er weg. Oh, das ist immer weg hier alles. So. Ich glaub sie, gerachel. Das wäre für was das hier braucht werden sollte. Oh, Quatsch. So. Soll halt ein Zwischenstopp sein, aber eben halt eine möglichst schnelle Anfahrweg zu diesem Ort. So. Alles klar. Machen wir das hier auch noch weg. So. So. Ja, machen wir weg. Jetzt weiß ich gar nicht, wo er hin ist jetzt. So kommt er gar nicht wieder. So, machen wir die auch noch weg und dann schließe ich die Station hier ganz endgültig. Dann nehme ich das Problem schon mal los. Ich werde hier gar nicht weitergebaut. Weil wir haben ja diese schöne Außenstation. Auch in der Anfahrt, doch eigentlich ist die Anfahrt schön. Das ist schön durch die Landschaft. Einige ist die schon schön. Aber wenig kreativ natürlich. Ich lasse letztendlich vorringlich die Gleise einfach nur durch die Landschaft geklatscht. Aber hier wird ein bisschen versucht, da so ein paar kleine... So. Baumhausen. So. Das machen wir weg. So. Und dann machen wir es zu, würde ich sagen. Jetzt haben wir genug Steine eingesammelt. Steinschrufen haben wir genug, die nehmen wir zum zum zumachen. Achso. Einlass ich mir raus, wenn ich hier noch reinkomme. So. So. Wir machen das hier zu. Immer geschlossen. Dann machen wir es hier zu. Dann kann das hier auch weg. Der ganze Bereich hier kann weg. Dann kann es hier einfach geradeaus weitergehen. Dann machen wir uns das hier. Das Geräföl hier. So. Weg. Weg ist es. So. Dann machen wir es gerade. So. Alles sehr schön. Das kann auch weg. So. Alles klar. Und nochmal mit Gleis hier aber hier drüber. Da ist übrigens so. Das kann weg. Kein normalen Stein da. Kein normalen Stein da. Wie hier ist man so ein Klassens. Man sieht es und zwar, aber ist doch erstmal egal. So. Sieh mir die Gleise dahin. Dann ist gleich wieder voller Müll. So. Leise. Zack. 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 Noch. Erfüllt noch. Zack. Und Zack. Das war's. Und dann machen wir es hier zu. Und dann machen wir es hier zu. Ah jo. So. Schild hin. Schrift hin. Geschlossen. Geschlossen. So. Für. Immer. Schloss hin. Für immer. Okay. Fertig. So. Alles klar. Du solltest. Kommst du raus da? Hier zu machen. So. Fertig. Komm schon. Ein bisschen leichter hoch. So. 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 Das muss da eigentlich auch zu weg. Das machen wir andermal. Das machen wir andermal weg hier hoch. Auf den dahin gesetzt. Wir müssen wieder schlafen. Aber jetzt. Wir haben kein. Er hat ja eh kein Wetter von daher. Ich denke das nix. So. Ich finde das hier eben nochmal weg. Wo sind wir? Da ist das Haus mit der Leiter. Da gehen wir hin. Und bringen wir es hoch. Das machen. Oh Mann. So. Dann bringen wir das ganze Giraffe rein. Steine. Steine. Leise. Alles da rein. Das brauche ich alles nicht. Und Kräfteleber auch nur eins. Guck mal. Was wir gucken. Ich komme gleich. Was haben wir da noch? Noch mal Steine. Jetzt noch haben wir jede Menge. Alles klar. Wolle bleibt auch am Start. Holz bleibt am Start. Alles klar. Haben wir es ausgeraffelt hier. So. Was denn da noch? So. Was denn das hier? Was denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Das sieht komisch aus. So. Wir reisen weiter. Wir müssen über Nacht reisen, weil er kein Bett hat. Hier mal gucken. Vielleicht ist er hinten bei den Häusern was. Ich hoffe, er schafft das. Dahin. Er findet bei den Häusern am Bett. Für ihn. Dass er zumindest übernachten kann. Kommt er? Kommt er? Kommst du? Ach, da kommen wir ja. Da macht er wieder, was er will. So, so. Folge mir. Was schreibe ich denn da? Ja. Das ist gut. Folge mir. Folge mir. So hin. Wo ist er jetzt? Mist. Ich muss jetzt mal hier die Spinne töten. Na, wer kommt? Springst du erst auf mich an. Na, komm her. Wo ist die Spinne? Genau. Noch mal ein bisschen Wolle. Ja. Näher uns. Ey, Mist. Das war jetzt ein Fehler. Mir näher zu kommen. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Wo ist er denn jetzt hin? Oh, da sind drei Krüper. Das ist mir zu viel. Wo ist er denn? Was ist er denn jetzt? Ist er noch da? Ach da aber. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wahrscheinlich noch da drin. Hm. Weiß ich nicht, wo er jetzt ist. Wo bist du? Das war echt nicht. Hm. Tja. Hallo, Kipa. Hallo, Kipa. Hm. Ich bin kein Handy. Oh, das ist ein bisschen. Eisen hier. Also, der kann ich nicht mit. Also, das kann ich gebrauchen. Das ist ja schon mal gut. Also, das war gut. Also, mitnehmen. So. Mitgenommen. So. Jetzt müssen wir das Loch hier zu machen. Na, eigentlich wollte ich das Gebäude ja so weg haben, ne? So, meinungsverkehr. So. Wo mache ich das hier zu? Zack. Der Wett. Und dann zu mauern. Zu mauern, zu mauern, zu mauern. Die Steine hin. Die Steine so wenig, ne? Ja, da sind sie. Aber da ist vielleicht kein Engelsammel, ne? Okay, dann machen wir es nicht hinzu. So, wir machen zu, ne? So. Ah, zwei Stückchen, ja. Achso, die Baum hat er kaputt gemacht. Wir sind schon in der Zeit, aber wir haben einen Abflug runterfiel. Verlieren, die Baum kaputt gemacht. So. So. Ui, da muss ein Kriegerhanger hochgesprengen. Sagst du dir nix. Ah, das Eisen, siehst du wohl. Ich komme nicht mal um die hier. So, danke. Hey, du kannst ja nicht packen. So, jetzt ist es zu voll hier, habe ich gesagt. Und zu dunkel. So. Also, dein Problem. Das ist ja nicht mein Problem. So. So. Es gibt ja, ich höre, dass er so ist. Da ruft er von einem Raum her. Das ist mir gerade. Hm. Wo ist Kripa? Nein, Kripa. So, der andere Seite ist Kripa. Nehmen wir den. Hand. Wir machen hier tausend Löcher, ist ja nervig. Weil ich wieder reparieren hier, ist nervig. Ja. Ist das nervig, ist das, ich muss was essen. So. Äh, das Loch muss zu. Das Loch muss wieder zu und ich schätze, bin auch, weiß ich auch noch nicht so genau, was ich damit wähle. So. So, das Loch mal zu hier. Fauen wir mal zu, für Schnelle. So. So. Also, warum Kripa um die, ich das meiste so. Da muss ich unbedingt nur einstellen mit dem Server, dass die Kripa im körperlichen Schauen erzeugen. Huch, ne, das wollte ich ja gar nicht. Äh, ich wollte einen Baum hinpflanzen. Hab ich noch einen Baum hin? Ja, da, 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 Krika, bitte. So. So. Dann haben wir auch einen neuen Baum hin. So. Zack, 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 zack. Da fehlt eine Axt. Ich will keine Axt am Start. Ich weiß, ich habe keinen Pulver, das brauchen wir überhaupt nicht. So, das machen wir auch weg hier. So, wir müssen die kaputten Bäume wegmachen hier. So, der sieht ja auch gut auszahlen. Dann mach das doch. Dann nervt er mich. Ich kriege Monster töten, der töte doch Monster. Einfach töten. So, lass mich stehen. Ach so, haben wir noch mal Löcher, die mir nicht gefallen? Wir holen mal die Baumhörige zu hier. So. Schauen wir allerdings die Spinnen, weil wir ja eher, ähm, Bindfaden brauchen für... Mann, sie hat nämlich eine Spinne. Okay. Die Bindfaden her. Ja, hallo, mit mir ein Bindfaden. Meins. Gib jetzt meins. So. So. Entschuldigung, das ist keine Männer. Wir haben jetzt sicher ein Ende. So. Wir wollen noch mehr Spinnen. Haben wir noch mehr Spinnen am Start? So viele Spinnen am Start hier. Eindeutig zu wenig Spinnen. So. Na gut, die geht wieder hoch. Dann pack das Giraffe wieder weg. Soll ich ja so in der Tasche haben, was wir nicht brauchen unbedingt, nicht zwingend. Der Steinbauer, das sieht kacke aus. Das sieht ja scheiße aus. Ich kann mich erinnern, was da stein hier war. Ich kann mich erinnern, was da stein hier war. Ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, was da stein hier war. Der Stein ist natürlich sicherer. Was ist das denn? Auf dem Ofen. Auf dem Ofen. Auf dem Ofen hier am Start irgendwie. Ja, haben wir. Ich habe keine Kohle. Ich habe keine Kohle mitgenommen. Ich habe keine Kohle mitgenommen. Ich glaube nicht. Ich habe keine Kohle mitgenommen. Das war natürlich sehr schlau. Ich muss auch nur vier Stück hier klar machen. Das heißt, ich mache es hier so. Dann geht es schon. Holen wir die mal weg, wo die Kohlen ganz schön schnell weg. Was muss man sagen? Na. Das müssen wir dann reichen. Jetzt haben wir hier, falls wir noch das hier reinschmeißen können. Noch mal vier Stück nachschmeißen, wenn es reicht. So. So. Dann kommen die Türen hier rein. Dann. Komm. Achso, ich habe irgendwo einen Bogen gehabt, den ich auch nicht brauche. Der kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das war was hauen lassen. So. Wir haben jetzt zwei Wolle. Das reicht nicht aus. Zwei Bänder. Das rein noch nicht aus im Bett. So mit Glastüren hier wieder rein. Sandtüren wieder rein. Wolle behalten wir. Wir haben immer noch ein Bettkräften. So. Hier haben wir Eisen. Das ist schon mal gut. Eisen. Da musst du ein bisschen reintun. Das ist schon mal hier. 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 Ich glaube nicht mehr. Ich brauche noch ein paar Spinnen. Achso. Das weiße Holz. Das tun wir hier mit rein. Schwupp. Mach mal weiter. Oh nö. Ist klar. Gut. Dann haben wir das. Oh. Oh. Das ist doof. Oh. Ich bin. Oh nö. Oh nö. Vielen Dank.